Wenn du wieder lernst, wie man Krabbenburger macht, kommt auch dein Leben in Ordnung. Mr. Krabs, ich weiß nicht, ob ich... Lass dir Zeit. Nein, nein, nein. Jetzt hab ich's. Ich hab's. Mir ist jetzt alles völlig klar, Mr. Krabs. Wirklich? Ja, mir ist endlich klar, dass ich's nicht kann. Ich kann's nicht, Mr. Krabs. Ich bin ein Versager. Sag doch sowas nicht. Kapierst du das denn nicht, du kolossaler Geizkragen? Ich krieg keinen doppelten Krabbenburger mehr auf die Reihe. Ich kann keine Bulette aufs Brötchen legen mit Salat, Käse, Zwiebeln, Tomate, Ketchup, Senf und Gürtchen und Brötchen und zwar in dieser Reihenfolge. Ich bin ein Versager. Ich bin ein Versager. Ich bin ein Versager.